Philipp, Philipp, oh äh, ein Tunnelblick. Ja, das ist der Papa. Hoffentlich, hoffentlich haben sie den da auch. Eivin, Eivin. Schönen Tunnel, die Bösen. Luka, hau rein. Haha, ich kann gar nicht mehr lachen. Du kniffst heute ein, und Peter fällt von den Sofa, das weißt du. Hau rein. Ja, super. Eivin. Ich war doch gestern noch in den Friedenslager. Ja, hier, hier, hast du gesehen? Ja, sehr vor mein Auge, hast du gesehen? Ja, ich kenne die alle. Soge Friedrichi. Drei Punkte, und das ist gut. Hau die Schieber, mancher weg, und das ist gut.